hey freunde was geht euer wizard am start ich stream übrigens gerade live und ich habe einiges gemacht ich habe einiges gemacht schauen wir da mal einfach wizard richtig schreiben bitte wizard.at reinschreiben die seite noch nicht ganz fertig aber sie ist schon wieder online schauen wir kurz drüber alles geil alles geil da kommst du zu meinen services da gibt es meinen link und da gibt es bei meinem merch shop neue designs übrigens es würde mich freuen wenn euch was kauft sich für den geld ich kann mich dabei weiter unterstützen mit dem geld unterstütze ich auch andere streamer wenn man das bei mir im stream aufzieht vielleicht kommen aber kurze videos rein schauen wir mal ich hoffe euch geht es gut fleisch und pflanze die ihr gedacht gut dann mache ich mal vorführung ok ich mag gar nichts der bosebaum ist auch schon klein aber fein und ja über was könnten wir noch reden also ich darf wieder autofahren alles ist gut kommt zu meinem stream rein geht zu meiner webseite vielleicht wird es bald im forum geben schauen wir wie viel ich heute noch mache aber ich bin eh immer am arbeiten aber das ist halt mein kurzes update video das ist mein zimmer dabei dabei habe ich ein bisschen auf die wände gemalt da überall und ja mir geht es auf jeden fall so gut ich hoffe euch geht es auch so gut sommerferien sind bald vorbei habe ich gehört für mich nicht youtube live studio 71 schaut es auch sehr gut aus mit dem vertrag die informieren mich bald ich mache dann eh wieder updates und es gibt halt immer wieder videos wie sehr es ist leute also meine lieben ich wünsche euch eine wunderschöne zeit kommt zu meinem stream da gibt es immer bewusstsein erweitern das auch und lustige sachen und alles was wir wollen auch kanalreactions haben wir alles schon gehabt und zocken du mal doch und worauf wir bock haben einfach chillen wir unser leben gemeinsam und ich wizard fabian thomas wizard for the win bis jetzt weg fürs erste und wünsche euch eine wunderschöne zeit tschau leute